Herr, wie soll es denn die Tür jetzt... Du bist nicht schade des Schaums. Du bist schade des Letters. Vielleicht solltest du ihn nicht öffnen. Du solltest es nicht öffnen. Du solltest es nicht öffnen. Du solltest... Öffne den Brief. Du solltest es nicht mehr sagen. Du solltest es nicht mehr sagen. Die Abbesche weiß dich in der Mitte. So alles hat sich einfach so geschrieben. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! De-frocked! Wie ist das passiert? Ha ha ha! Even wenn die Tür nicht nachdem, die Tür hat ihn aufgenommen. Aber du! Ha ha ha! Erst du hast ihn aus der Haus. Dannisu... Du bist Pfund, 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 Pfund. Brat. Oh, wie geil! Das ist șimo! Tschüß! Wie wird das? Yaz25! WTF? Ondert каналin ein Gottes кому einen Mann hervor sailing undап- Es ist ja mega gut! Es ist mega gut! Es ist mega gut nicht. Es ist ja mega gut. Es ist mega gut gemacht. Scheiße! Well done, Barbara! Holy sh**! Hahaha! You don't even have anything to say! Oh, ist das nice! Almost hin! You don't have anything to say! Hahaha! Even if Kira wasn't able to take on and knock her off! But you! Hahaha! Muss ich da nach ganz oben? Vielleicht! Ist ich mir in der Fluss? Ich glaube es! Ich glaube es! Das ist zumindest so an! Das ist mega cool! Holy sh**! Das ist eigentlich ein riesiger cool! Das ist eigentlich ein riesiger cool! Das ist eigentlich ein riesiger cool! Wie ist das da drüben? Hahaha! Even if Kira wasn't after Teehan! Ich kann nicht sagen, das Spiel wird sowas von gespielt! Das ist ja mega nice gemacht! Was der f**k! What the f**k! Boah! Das war ein kreis Zinn! Es ging gleich weiter! Das war mega gut! Junge, junge, junge. Es war unglaublich gut gemacht. Als jemand, der mindestens entspricht, wenn nicht alle lieben. Sie glaubte, dass jahre zuvreden hat ihn bis zu diesem exakt moment. Okay, ich habe gehört. Vielleicht will ich nicht viel gesetzt. Das ist Denizofka, der Faktor. Marfa hat mir erzählt, dass sie ein iconografer. Sie machen yellow paint in dieser Schede. Ich komme nicht darüber hinweg, wie gut das gerade war. Es hat mich gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich habe sowas nicht erwartet. Vor allem war es, glaube ich... Oh. Shit. Das ist ein nächter Mensch. Vor allem war es ja, glaube ich, der Teufel, der da gesprochen hat. Wenn ich mich nicht täusche. Und das hat mich sehr gut gemacht. Komisch, dass sie kein Wort darüber sagt, also über diesen Typen da draussen sagt. Panagia, der heilige Christophorus, entstammte einem wilden Stamm Marmarikas. Dessen wolfsköpfige Mitglieder waren sehr gross gewachsen und zeigten grausames Gebaren. Dies hielt ihn nicht davon ab, den christlichen Glauben zu predigen, die Taufe anzunehmen und wie ein Märtyrer zu sterben. Demut 4. Du erhältst die Chance, dir jetzt 60 zu verdienen. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du einen Multiplikator von 1. 60 Punkte. Okay, sonst ist hier nichts drin. Allerdings hat das Spiel ein paar kleinere Frame-Spikes. Was mir scheint. War nicht allzu schlimm. Das Leben des heiligen Metropoliten Sineust. Einst ergriff ein Dämon besitzt vom Haar des heiligen Metropoliten Sienust. Sein Haar begann sich unerwartet aufzustellen wie das Reisig eines Besens. Während seiner Gottesdienste hob sich plötzlich Sineusts Mithra sehr zum Schrecken der Gemeinde. Trotz aller Gebete liess der Dämon nicht von ihm ab. Eines Tages stach Sineust zwei Löcher in sein Mithra und band sie so fest an seinen Kopf, dass sich das Haar zu Beginn der Liturgie in seinen Schädel grub, statt seine Mithra zu lüpfen. Und da an war Sineust leise und wortkarg. Der Dämon musste sich einen neuen Wirt suchen. So erteilte Gott dem Dämon eine Lektion. 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 Sie müssen sie wohl noch ein bisschen bearbeiten um auf Englisch zu passen, weil sie ein bisschen sehen lassen. So erteilte Gott. So erteilte Gott. Was soll es sein? Ah! Musik! Musik! Was funktioniert mit mir? Warte, ich will es nicht machen. Warte, wir denken etwas. Genau was wir brauchen. Und jetzt da rüber. Spannende Ansätze, das Spiel. Ein bisschen Rätsel, ein bisschen Geschichte. Wenn die Geschichte stimmt. Was ich sehr fest glaube. Was wohl? Wieder dieser komische Hund. Hund. Komm, Bitch. Komm, Bitch. Warum stehst du herum? Wie lange können die Hände unter dem Wasser stehen? Ich weiß nicht. Ich warte für ein paar Stunden. Nur um sicher zu sein. Was? Das beste ist ja, Bitch wird als Stimford gebraucht. Aber auf Englisch heisst es eigentlich einfach nur Hündin. Aber ich glaube das wissen die wenigsten. Okay, die Stairs müssen wir nehmen. Daher gehen wir gleich. Ah. Ah. Auch gut. Tschüss. Okay, das war jetzt... Ich bin ein bisschen unnötig das Laden aber okay. Ich bin ein bisschen unnötig das Laden aber okay. How beautiful. We had this one artist in the Klink. He drew his family on the wall. He drew his own shit. They look so life like. What? He was like that. Didn't manage to finish the drawing of the daughter though. Left her with just one eye. He got stabbed. Because of the stench? No. He was drawing on the wall outside. It was minus 30 degrees. Shit doesn't really stink when it's cold. He got stabbed. Because... Well, it's against the code. So where do we go now? The elevator. Here's the gearing. Planetary gear set. By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. Oh shit. I see. That's also a bit of a failure. Nothing works here right now. Okay, and we probably have to fix this. I guess I guess. And... I guess we should look for an intact cotter. I guess we should look for an intact cotter. I see. I see. There's a lot of water to go. I think we should look for an intact cotter. There's a lot of water to go. There's a lot of water to go. There's a lot of water to go. Nee, warte. Doch? So halb, zumindest. Ah, um da hinaufzukommen, das meine ich. Was ist da, hold up? Splint, setzt man ihn... Und noch ein Buch. Das Leben des heiligen Jona. In seinen ersten Jahren als Mönch lebte der heilige Jona zurückgezogen mit Optatus, einem gerissenen Alten, der dafür bekannt war, seine Brüder zu versuchen und ihre Geduld zu strapazieren. Auch Jona blieb nicht verschont. Des Morgens verbarg sich Optatus unter einer Bank und fuhr mit lautem Gebrüll aus seinem Versteck. Im Speisesaal schrie er und warf tote Fliegen und Ruß aus dem Ofen in Jonas Essen. Wenn Jona betete, kreischte Optatus und schlug ihm das Gebetbuch aus der Hand, wo dem zu Bett gehen schrie Optatus wieder und drang mit einem glühenden Holzscheit auf Jona ein. Okay, er hat ihn von gebrannt. Mit anderen Worten. Ah, jetzt muss ich das da rum bestellen, wahrscheinlich. Nichts. Nichts. Up. Going up. Und jetzt? Und dann muss ich jetzt da hoch. Ah, okay. Down. Going down. Spannende Rätsel hier. Hallo. Sieht auch alles sehr interessant aus. Das dauert jetzt nicht lang. Oh shit. Das ist schwierig. Aber gut gemacht. Oh shit. Ich kann mich nicht gesehen. Run. Das dauert aus. Huch, huch, huch. Holy Shit. Ich hätte da wahrscheinlich rechts abbiegen müssen über diesen kleinen... Rechts lang und links! Musik 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 What the f... She's brutal, she's totally Aber wo muss ich hin? Ach so! Er ist eingestürzt! Shit, Alter! Das war jetzt super! Die Musik ist mega laut, aber mega beängstigend. Geh er durch! Geh er durch! Shit! Geh er durch! Junge! Und er wird nicht verboten, ist klar! Alter! Alter! Oh! 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 Thank you for playing Wishlist Now Holy shit Das waren 45 Minuten einer unglaublichen Demo What the fuck habe ich da gerade erlebt Boah, das Spiel ist ja mega gut Wie gesagt Das Spiel ist gerade auf Steam Next Fest Die Demo kann man gratis herunterladen und wenn es euch gefallen hat Mir hat es auf jeden Fall gefallen Ich werde das Spiel spielen Darauf könnt ihr wetten Wishlist ist auf Steam Hilft auf jeden Fall dem Entwickler und ich gebe da gleich noch eine Rückmeldung Ja Das war unglaublich gut Ich hätte was anderes erwartet ehrlich gesagt weil ich habe nur ein paar Bilder gesehen dass es eben eigentlich ein Adventure ist mit einer Nunne aber dass es so ausartet und so gut ist hätte ich nicht erwartet das war wirklich grandios Ja Von daher Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer anderen Demo sicherlich oder eben halt auch hier bei diesem Spiel wenn es draussen ist und ja Vielen Dank und bis zum nächsten Mal Tschüss Crazy shit Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal